Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute Wolf auf der Titanic-Map mit dem Flo als Dagober, Jack, ist das korrekt? Yeah! Und dem Tops und dem Julian. Ich bin Minimaus und genau. Und wir sind auf der falschen Seite vom Schiff. Wir sind auf der falschen Seite vom Schiff. Wie fühlt sich das an, Ronja? Nicht gut. Ja, Ronja, ich glaube, du musst jetzt nicht einfach öfters mal die Füße waschen, damit der Dreck nachfutscht. Tops, hast du dich heute schon geduscht? Ja, habe ich heute wirklich schon. Aber ich war dann draußen und dann habe ich geschwäst. Ich habe 10 Gold gefunden. Ich habe 10 Gold gefunden. Tops, halt doch mal den Mund. So rede ich gar nicht. Aber so rede ich gar nicht. Hey Julian, hör auf! Julian, hör auf! Ist Julian der Wolf? Hör auf, bitte Julian! Alles klar. Gut. Julian, we- Holy moly, habe ich gerade viel Stuff gefunden. Julian, willst du sterben? Bist du der Wolf? Ja, was holen wir uns denn? Ein Weapon Case? Halt es, ja. Also, mir würde es stinken, wenn ich direkt zu Anfang gekillt werde. Also, ich würde sein Topsis, der Wolf, oder? Würdest du sagen? Boah, das fände ich richtig langweilig, wenn ich instant am Anfang gekillt werde. Ja, und vor allem, wenn der Keiner das Gold hat, um ein Bier zu überleben. Dann muss man ja zuhören, und er kann gar nicht richtig mitspielen. Denkt sich los wahrscheinlich gerade. Wo seid ihr denn, liebe Freunde in der Nacht? Vor allem jemand, den ich nicht töten möchte. Im Fenster. Was? Was? Ich brauche... Ich esse meinen Döner, ihr Plebs. Schön. Holger, holger, bleib stehen. Nicht bewegen, nicht bewegen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Bleib stehen. Das ist Kebab. Oh, nice. Danke. Ey! Julia, vorsichtig. Ich hab schon dieser Boots. Ich hau dich kaputt, wenn du ihn nicht vergessen hast. Oh! Hoppala. Ich hab nur zweimal draufgehauen. Ich hab nicht gedacht, dass du so viel Schaden machst. Du bist dich schuldig. Du bist der Letzte. Du bist dich schuldig, René. Ja, ich weiß nicht. Du bist der Letzte, Flo. Ich werd da aber nicht runterkommen. Wieso nicht? Komm doch runter. Nein. Komm doch runter. Nein, ich hab Wöhnangst dran. Ich geh da nicht runter. Komm doch runter. Wär doch schön, ne? Vielleicht spring ich ja da in der Mitte rein. Okay, dann komm mal. Ich geh halt nicht runter. Tja. Bist du in der Mitte reingesprungen? Nein. Ich hab mich reingeschubst. Flo. Warte, muss ich jetzt außenrum und da reinhüpfen? Aber keine Angst, warte. Bist du ins nächste reingesprungen? Nein. Ich glaube schon. Ich glaube, die Enderfälle sind ins nächste reingeflogen. Oder ist das in der Plattform? Flo. Ich bin nicht da. Ich muss das erst mal farmen. Oh Gott, er. Flo. Aha. Oh mein Gott, war das knapp. Ich red. Also wenn ich Wöhn sehe, dann nehm ich ein... Und schlag auf Wöhn ein. Okay. Das ist durchgehend. Ohne Pause. Das klingt wie Gewalt. Nee, 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 nee. Das ist... Ich sag Ronja, ist der Wolf. Ja. Wahrscheinlich, ne? Warte, wenn du auch wieder so ein Streak hast, bin ich sehr böse. Wirst du das? Wie oft war ich jetzt in der Nähe? Fünf Mal? Oder... Tobs. Tobs. Schhh. Da wird doch... Dieses Geräusch. Alleine schon. Ist einfach nur... Es weckt Hass in mir. Tobs, du bist... Tobs, ich brauch Boxtraining. Ich muss meine Arme trainieren. Ja. Ja. Du bist jetzt wie so ein Lauch, ne? So. Und du bist ein Schlauch. Ich sag, ich müsste ich dir... Nicht nett. Tobs, Link. Tobs, ist ein Schlauch. Ich hab 40 Gold. Was kann ich mir denn davon schönes kaufen? Wo streiche ich gerne einen Bauch. Tobs ist gerne ein Schnittlauch. Wow. Würdet ihr sagen, das Niveau eurer Unterhaltung ist schon sehr hoch, oder? Ja, auch. Auch, okay. Das ist schön. Hallo, Leute. Ah! Hunger! Du blöder... Blödmann! Nicht! Nein, ja, nicht! Ich war... Alle, wie Tobs gerade schreit. Tobs runtergefallen. Ich hab ihn runtergeschubst. Ich hab nicht gedacht, er stirbt davon. Warte, wenn du wirklich wieder hochfrihst... Okay, das ist wirklich so. Tobs, okay. Äh, wie gesagt, ich hab... Äh... Falls irgendjemand in der... Ist irgendjemand bei mir in der Nähe... Nee, okay, jetzt bin ich mir nicht mehr schuldig. Ich hab ein Schlauch. Nice. Oh, ey. Oh, ey. Schau mal, Schleimel! Oh, Schleimel! Was kann man denn... ...noch so kaufe? Hm. Ah, nicht gehen. Okay. Okay, dann nicht. Oh, ich hab'n gutes Schwert gezogen. Wo du das sagst. Oder nicht. Wo seid ihr denn beide? Beim Ruby Hideout. Was ist denn das Ruby Hideout? Ah ja. Ist das unten im Keller? Ja. Ganz ganz unten. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich war da noch nie. Am Rand. Doch, du warst da schon mal, glaub ich. Ehrlich? Glaub ich nicht. Wo, wenn du mich jetzt ruferschlägst? Entweder Ronja oder Jürgen ist der Wolf. Danke, Wolfsucher. Hilft sich grad sehr viel. Flo, bist du nicht der Wolf? Vielleicht... Flo, ist das ein... ...manöver? Julian! Warum killst du immer alle? Warum bist du kaum eins gegen eins? Ich craft mir jetzt was. Ich craft mir jetzt was. Okay, dann craft dir halt was. Okay, ich kann mir nichts craften. Ich hab' alles, was ich brauche. Ich hab' gar nichts. Ich hab' den Jhin alles. Ich hab' den Jhin alles. Ich hab' ne gute Waffe. Ich hab' den Ultra Knockback-Stab. Du nimmst mir immer meine Möglichkeit auf Kill-Coins weg, okay? Das nervt langsam. Weißt du vielleicht was? Vielleicht hätte ich gerne ein paar Kill-Coins. Äh... Dann kann ich die nicht nehmen. Ist doch auch blöd. Überleg doch mal. Was denn? Ich bin stuck. Nein. Wo bist du stuck? Kennst du die drei gelben Dengstürmer oben am Schiff drauf? Ja, bist du reingefallen. Ich bin in einer drinnen. Nein! Warte, ich glaub' ich weiß, wie ich da hinkomm. Ich bin unterwegs. Goddammit. Wieso? Oh nein. Come on. Gorinda, bleib's gehoffen. Okay, warte mal, warte mal. Äh... Warte. Oh oh. Ich hab' keine Lust den Weg... Ich könnte jemanden wiederbeleben, wenn ich das möchte. Obwohl, ne, kann ich nicht. Ich war nur Wolf bis jetzt. Ich hab' gar keine... Äh, gar keinen Chat zum hochscrollen, glaub' ich. Oh oh. Dann kann irgendjemand anderes deine Drecksarbeit. Tops sagt, scroll einfach. Nein, Tops, ich scroll nicht einfach. Das bringt überhaupt nichts. Hier, auf der Seite was. Ich bin draußen. Ja, du bist draußen? Ja. Wie? Der neue Gäber. Okay. Wo kommt der denn da runter? Oh. Es ging mal. Ich weiß, dass es ging. Wo bist du denn? Guck mal. Im Schiff. Im Schiff. Oben. Unten. Ich bin ganz oben. Mitte. Okay, ganz oben. Ich bin unterwegs. Ich... hab' auch immer'n Schicken. Nein! Guckst du dir nicht. Ich weiß, ob ich mir da schon mitsteine... Tops, warum sagst du das immer? Oh, warte, warte. Oh, warte, warte. Oh, warte, warte. Oh, Mist. Ich hab' nichts gedrückt. Julian. Julian. Komm doch her. Hey, Julian. Komm doch her. Wo bist du hin? Warum verliere ich Leute immer aus den Augen? Oh. Tops, wirst du gerne auf euer Arm an. Ich bin nur dezent abgelenkt. Julian, komm wieder her. Warst du unsichtbar? Nee. Wo bist du? Nein, ich bin hier nicht. Oh, da. Da, da, da. Nein! Okay, okay, okay. Eine Minute. Tops, jetzt halt doch mal den Mund. Niemand will mit dir reden. Ich bin unterwegs. Nix. Julian, her. Auf! Nein! Warte, du hast ein Dings. Slime Pad? Okay, das ist überhaupt nicht gut. Wieso hast du mir eine Redstone? Oh, ich stole das. Tops. Das gibt's doch nicht. Julian, komm her. Nein! Nice! Warte. Wieso ist das Spiel nicht vorbei? Hab ich nicht gewonnen? Weil Tops gecrashed ist. Ich hab langsam das Gefühl, ich sei einfach nicht in meinem Kopf voll öffnen. Weißt du, ich sollte einfach aufhören. Ich bin scharf. Übrigens. Sehr gut. Ich bin auch ein Scharf. Sehr gut. Ich vertraue dir. Halt kill mich drauf. Seid ihr es scharf. Jetzt öffnet das ganz kurz. Oh oh. Oh Gott. Tops du lext! Tops du lext! Hallo? Tops du lext! Tops du lext! Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Er hat seine magische Kräfteängste. Oh, ist richtig blöd. Ich kann mir jetzt für 20 Emeralds gar keine Happy Duty mehr kaufen. Mann. Find ich schade. Oh. Erstmal der Shrinkt ist. Blöd. Ah, wär weg wohl. Hey, sag mal Julian, bist du Schilder Wolf? Ja. Ah. Wenigstens. Ehrlich. Tops hat einen Schnurr aus dem Rücken. Ein ehrlicher Wolf. Das ist immer schön. Du hast einen Bart auf seinem Rücken. Hä? So'n Völlbart. Tops hat einen Schnurrbart auf seinem Schnurrbart. Ja. Schön. Hello. Tops, wie kam hier die Ideen? Mit dem Schnurrbart auf dem Schnurrbart. Das ist ja schon innovativ. Eine Glatze auf einer Glatze. Nice, Tops. Alle Kisten sind schon leer. Ah! Wer ist da? Nein! Oh, warte. Oh, du hast einen Schrei. Das ist nicht gut. Ich bin jetzt kein Wolf mehr. Ich darf mich darüber nicht freuen. Äh. Es ist Tops. Es ist Tops? Hier oben ist jemand. Ey, ey, ey! Julian. Nein! Soll ich sie aufmachen? Ja. Okay, was kaufe ich mir denn jetzt Schickes? Vielleicht spare ich einfach noch auf dem Weapon Case. Oder ich kaufe mir jetzt ein Geschenk. So. Zack. Man kann nur ein Geschenk kaufen, oder? Oh, so bist du. Oh, da ist nicht viel Guter Kram drin. Das ist voll das schlechte Geschenk. Mann. Was für eine Enttäuschung. Egal, jetzt kann ich mir den Weapon Case kaufen. Tops lebt noch. Oh! Trinkst du gerade aus? Warte is... Ich tut nichts. Es ist Tops. Und verkehrts rein. Tops, wo bist du? Ey, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte. Warte, warte. Ja. Tops. Das ist alles. Oh, hier ist Tops, hier ist Tops, hier ist Tops. Tops, ich höll. Oh, mein... Dankeschön. Ach, her. ja jemand testen gehen jürgen 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 Ich bin noch am Leben Jürgen? Bist du noch am Leben? Jürgen in Fake-Schreit Jürgen ist gestorben Ja, also ich würde es appreciate, wenn ich Items kriege und ich kaum nicht ins Schiff rein Was brauchst du denn du? Jürgen hat gesagt, dass ich gut rieche Hat er das gesagt? Wann? Ey, ich würde sogar testen gehen Bitte nicht, Ronja nicht Hast du schon die Kiste hier? Oh Mann, hast du Du willst ins Hessen gehen, Ronja? Warum ist ein Schwein am Spawn? Warte, was ist jetzt passiert? Du bist gecrasht, oder? Nein, Juli, ich bin geported, ich bin am Eisding Siehst du mich? Wo? Ich wurde geported, wahrscheinlich von Juli Äh, wie das aussieht Hey, wie kommt das raus? Du bist out of map Wie komme ich wieder in map? Warte mal Geht das? Hahahaha Hä? Hauptsache, Jürgen hat mich angeschrieben Ich bin Wolf Lose Geil Ich bin wieder ins Schaf Hast du das raus? Ich bin auch richtig Ron-Dolf Und Ich bin Der VW Golf Das ist dein Trick Hilfens Vonja Vonja Kennst du den Trick, wenn du am Ende der Runde items in der Box machst du dann nächste und dann sind die wieder drin? Ja Das ist wacker beaut Das ist doch kacke Was hast du denn vorhin gemacht? Ich hab das Gefühl, das haben wir alle mal gemacht, oder nicht? Ich hab das bis jetzt noch nie gemacht Ehrlich nicht? Nein, weil ich was nicht machen würde Ganz am Anfang ging es auch noch, wenn du deine items einfach hingeworfen hast, dass du die dann einsammeln konntest, du musstest die nicht mal in die Kiste machen Loll, komm mal Dings, komm mal runter Wohin denn? Es gibt noch einen Geheimgang Bei dem äh Komm mal runter Kohlegrill Dings Ne, nicht reingehen Nicht rein gehen, Flo möchte ich dafür nur reinloggen Ich bin nicht drin Ich bin nicht drin Ja, nein, aber du möchtest ja, dass die Leute reingehen, damit du als Wolf die Fall aktivieren kannst du mit der Leute sterben Ne, ich trau Flo, ich geh da rein Aha Wo ist das? Loll, die neue Kiste Entweder Flo oder Ronja, Jörn Entweder Flo oder Ronja, Jörn Und in der Mitte Was? In der Mitte? Im Schiff oder wie? Flo oder Ronja? Flo möchte entweder jemanden töten Ich bin's nicht Oder Ronja geht da hin, weil sie Ich bin's nicht Bist du das? Ich bin Pazifist Ja Ronja, halt Abstand Böse Ronja Ich dachte, das wäre Flo Ja, Flo ist einfach so ein Penner, nimmt einfach meinen Skin und sagt einfach gar nichts Ja und? Ey, Flo hör auf Hör auf Flo Oh War schon wieder? Naja gut, das war's dann aber auch mit dieser Folge in Minecraft Wave, wenn's euch gefallen hat, denn das ist Ende umhoch da, Abonniert den Kanal Was? Lass uns das auch einfach Minecraft Crash nennen, weißt du? Nein! Minecraft Crash, weil jeder ist einfach ein Stück Crash einfach Ja, hab ich auch gehört Ich mein, vor allem die Titanic scheint jetzt seit neuestem Buggy zu sein, das finde ich schön Das macht vielleicht jetzt die andere Welt nicht mehr Buggy, kann ja auch sein, oder? Vielleicht, ja Wahrscheinlich Na gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal Ciao Dosenöffner 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 Dosenöffner